Leider war es am 1.9. erreicht uns diese Nachricht, dass Geri leider nicht mehr unter uns weilt und ich bitte euch einmal kurz eine Minute in euch zu geben und dass wir alle gemeinsam an unseren Technogon aus Hamburg oben alle denken, bevor ich anfange. Vielen Dank. Okay, Freunde. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.